Willkommen zusammen beim zweiten Teil des Angeboxt, der Grudon Box, Tin Box, EX, Tin Box, Grudon, wie auch immer. Wir haben ja schon Kyogra ausgepackt im letzten Teil und packen natürlich jetzt noch das andere Pokémon aus. Ein Grudon EX, ein sehr, sehr, sehr schönes Pokémon, muss ich sagen, auch eine sehr, sehr schöne Karte, wie er hier mit seinem Kopf nach links und wow, hast du nicht gesehen? Den nehmen wir mal raus. Wie gesagt, erfahrungsgemäß sollte man das sofort machen. So, Code auch auf Seite. Den Code gibt es natürlich wieder gesondert. So, und hier haben wir vier Booster Packs. Packen wir die Box auf Seite. So, vier Booster Packs, einmal Hardgold SoulSilver Triumph, einmal Protoshock, nochmal Protoshock und einmal Phantom Kräfte. Dann machen wir es wie im Vorgänger. Video, lass fallen. Wir packen zuerst die Hardgold SoulSilver Triumph Booster Packung aus, um zu schauen, was uns hier erwartet. Drei vom Rücken. So, wir haben ein Schlopplec, ein Magneton, ein Tentaxa, ein Schuppet, Stolunior, Ponyta, Cierpurze, Magnetilo, Oh, 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 eine, eine seltene Shiny-Karte, Gengar, Holo, oh, geil, 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 und zum Schluss, ein Elec-Kit, aber nicht Holo, ist egal, ist egal, Gengar ist geil, 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 Gengar, ne, hat sich ja schon mal wieder richtig gelohnt, dann öffnen wir jetzt einmal Phantom-Kräfte, wenn wir sie denn aufbekommen, ja, einmal Code zur Seite, 1, 2, 3, vom Rücken, so, Gengars Geistesbund, Kingler, eine Doppelfarblos-Energie, auch immer sehr gut fürs Spielen, Lichtl, ein Yanmar, Karnimani, Schlupuk, Habitak, umgedreht Holo ist ein Iguana, und die letzte Karte, ein Durengard-EX, was ist denn jetzt los, das ist ja cool, Ich glaube, wir haben jetzt hier so eine Glückstinbox gezogen, Mensch, das ist ja super, da haben wir ja schon zwei richtig, richtig gute Karten, dann machen wir doch jetzt mal weiter, mit Protoshock, Protoshock hat auch sehr, sehr schöne Karten, Bevorzugt holen wir die, und wie gesagt, die neuen Drachenleuchten sind echt super, Karten, so, ein Tentara Full Art, ein Vibrava, Professor Birks Beobachtung, Trainerkarte, Grammokles, Mediti, Rotomo, Knilz, ein Merrel, Umgedreht Holo ist ein Walreiser, auch seltene Karte, und die letzte Karte ist ein Tentoxa, nicht Holo, auch eine seltene Karte, geht ja, ist ja super, ist ja super, nicht wundern, ich packe nur die, die holographischen nach hinten, weil ich denke, die anderen brauchen wir jetzt nicht nochmal aufs Detail zeigen, so, und die letzte Boosterpackung aus dem Grudon-Tin, drei nach vorne, und eine Erinnerungsstätte, Trainerkarte, ein Vibrava, ein Geradax, ein Hornliu, Schmerbe, Grammokles, Frizzlblitz, Rotomorf, ein Makargo, umgedreht Holo, und ein Saganabys, Full Art, nicht Holo, seltene Karte, ein bisschen in die Kamera halten, ja Mensch, da hat sich das doch gelohnt, was wir hier rausbekommen haben, ein Walreiser, ein Durengard EX, und ein Gänger, seltene Karte aus dem Hardcore Soul Silver Booster Pack, Triumph, Mensch, super, ich hoffe, euch hat es gefallen, schaltet auch wieder ein, guckt euch den anderen Teil noch an, wo ich die Kyogre Tin unboxe, und schaltet auf jeden Fall wieder ein, für folgende Unboxings, wir sehen uns mit Sicherheit im nächsten Video, macht's gut!